Musik Steckt der Verein in einer seiner größten Krisen der Vereinsgeschichte? Ja, die direksten Gegner extrem spielstark? Ja, wir alle wissen, dass ihr viel mehr könnt. Deswegen lasst euch nicht verunsichern von irgendwelchen Vollidioten im Internet oder irgendwelchen vermeintlichen Experten. Hört nicht drauf, was die Medien euch einreden wollen. Wenn man nur negativ denkt, kann man auch nichts bewusst darum kommen. Egal wie scheiße die Situation ist, ihr seid Schalker und Schalker lassen sich nicht unterkriegen. Ihr habt jetzt die Chance, es alle da draußen zu zeigen. Also kämpft, mal lobt und ackert auf dem Platz. Zerreißt euch für unsere Farben, das ist wichtiger denn je. Hey, Jungs! Auch wenn wir euch momentan im Stadion nicht aktiv unterstützen können, solltet ihr wissen, wir sind immer bei euch. Jeder Fan, jeder Mitarbeiter und jeder Spieler muss nun alles geben. Spiels hat noch keinen Weg getan, also reißt euch den Arsch auf. Wir für euch und ihr für uns. Gemeinsam ziehen wir den Karren wieder aus dem Dreck. Gemeinsam alles geben, ihr auf dem Platz und wir vor dem Fernsehen. Ich wollte euch nur kurz daran erinnern, dass ihr im letzten Jahr mit fast derselben Mannschaft noch auf einem Europa-League-Platz standet. Die Qualität ist zweifelsohne da. Egal wie dunkel die Wolken über Gelsenkirchen sind, Egoismen hinten anstellen. Ihr seid ein Team, wir alle zusammen sind ein Verein. Ein weiser Mann sagt immer, Entschlossenheit und Unglück ist immer der halbe Weg zur Rettung. Wenn ihr am Samstag gegen Gladbach den Platz betretet, denkt an diesen Mann hier, für Schalkbestand, Kampf, Wille, Leidenschaft. Halb Deutschland hat es aufgegeben, dass wir einen Sieg holen, aber ich kann euch was sagen. Ich glaube dran, jedes Wochenende schaue ich mir eure Spieler an. Die ganzen Leute hier in diesem Video, Hunderttausende andere vom Fernseher, die schauen sich jedes Mal euer Spiel an. Trotz der Ereignisse der vergangenen Tage und Wochen glaube ich jeden Spieltag wieder an einen Sieg. Wir glauben immer noch an euch. Und wir werden euch bei jedem Scheißspiel zusehen, egal welches. Es wird Zeit, dass ihr wieder an eure Stärken glaubt und auf eure Tugenden vertraut. Bitte kämpft, malocht und gebt alles. Kämpft für uns und für uns und unseren Verein. Für Blau und Weiß, für den FC Schalke 04 Jungs. Mit Liebe, Glaube und Leidenschaft. Konzentriert euch auf eure Qualitäten. Zeigt, was wirklich in euch steckt. Gemeinsam schaffen wir das Glück auf. Könntest du den Mythos vom Schalker Markt? Lieder schüchtern, Lieder, 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 Lieder. In schlechten Zeiten müsste Schalker sein. Einen guten Abend, wir sind der Freund. Tausend Freunde, die zusammenstehen, dann wird der FC Schalke niemals untergehen. Wer im Boden liegt, muss auch wieder aufstehen. Spielt wieder mit stolzern Lernschaft für den FC Schalke 04. Kopf hoch, Jungs. Kopf hoch, Schalke. Alle für einen. Alle für Schalke. Wir können euch zwar gerade nicht im Stadion unterstützen, aber dennoch sollt ihr wissen, dass wir immer hinter euch stehen. Auch wenn man zur Zeit Masken tragen muss, leider nicht ins Stadion kann, Abstand hält, werde ich zu einer Sache keinen Abstand halten. Das ist zum geilsten Klub der Welt. Zusammen kommen wir auch aus der schliegenden Zeit raus. Denn wir gewinnen gemeinsam und wir verlieren gemeinsam. Eine Stadt, ein Verein, eine Leidenschaft, ein Team. Und wenn wir wissen, dass wir zu 100% hinter euch stehen, gemeinsam kommen wir da raus. Doch in dieser schwierigen Zeit sind die Fans des FC Schalke 04 für euch da. In dieser ohnehin schon schweren Zeit für uns alle müssen wir zusammenstehen. Blau und Weiß, ein Leben lang. Liebe Schalke, sei nicht traurig. Geht er fern, ist näher, als wir denken. Wir stehen zu unserem Verein und zu unserer Mannschaft. Ich gehe hinter euch allen, weil ich diesen Verein liebe. Kämpft für uns, kämpft für euch, kämpft für den geilsten Klub der Welt. Weiterkämpfen und immer schön asozial bleiben. Reiß die Hütte ab, reiß die Hütte ab. Auf geht's Schalke! Männer, zeigt, was ihr in euch steckt. Ich glaube an euch, für uns, für euch. Glück auf. Und dann werdet ihr es schaffen, das froh darum zu reißen. Und dann werden wir gemeinsam die Klasse halten. Wir werden immer enttäuscht werden. Egal was ist, ich bleibe Schalker. Und ich werde es auch immer bleiben. Jungs, wir sind immer da für euch, gebt nicht auf. Das G in Schalke 04, das steht für G-Meinsam. Eine Krise bewältigt man nur gemeinsam. Gemeinsam durch die Krise. Und auch da kommen wir wieder raus. Und zwar alle gemeinsam. Gemeinsam. Kommen wir aus dieser Krise wieder raus. Stecken wir gemeinsam drin, wir kommen da gemeinsam wieder raus. Gemeinsam schaffen wir es raus aus dieser verdammten Krise. Gemeinsam schaffen wir es da raus. Wir schaffen das zusammen und kommen auch wieder raus. Zusammen kommen wir aus der Krise raus. Ihr bekommt immer unsere Unterstützung. Wir sind für euch da. Hashtag gemeinsam. Wir packen den Klassen halt gemeinsam. Gemeinsam für unseren S04. Gemeinsam für den FC Schalke 04. Wir sind alle Schalke. Gemeinsam schaffen wir das. Gemeinsam schaffen wir es. Wir schaffen das gemeinsam. Gemeinsam schaffen wir das. Nur gemeinsam schaffen wir das. Gemeinsam schaffen wir das. Wir sind alle Schalke. 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 Vielen Dank.